Ja, moin moin und meddl, meine lieben Freunde. Und wir machen weiter mit Teil 2 von Rainers Märchenstunde und hören mal, was er noch in dieser angeregten Diskussion mit den Händlern zu erzählen hat. Also passt du dich ja an, also machst du ja... Ich passe mich an gar nichts an. Wenn ich mich anpassen würde, dann müsste ich den Scheiß, den ich bisher gemacht habe, weitermachen. Weil dann würde ich mich an die Community anpassen. Ich versuche eine andere... Ich versuche meine Community entweder umzuformen oder sollten sie teilweise eben, als ich mich umformen wollen, einfach auf der Strecke bleiben. Ich mache, und das habe ich immer so gemacht, das, was ich will. Ja, aber bisher warst du jetzt noch nicht so erfolgreich damit. War ich nicht. Also zum einen muss man hier wirklich mal festhalten, dass Rainer ja wirklich glaubt, er hat eine Community. Ich gebe mal eine vorsichtige Schätzung ab, dass so ca. 98% seiner Abonnenten Bots oder Hater waren. Wir sehen es ja nun an seinem Odyssey-Kanal. Wenn er eine Community hätte, die ihn auch auf einer anderen Plattform unterstützen würde, dann würde er halt ein 11 Tage altes Video nicht 18 Aufrufe haben. Die paar verwirrten Seelen, die ihm auf YouTube was gespendet haben und ihn wirklich zu unterstützen, sind dann natürlich die absolute Ausnahme der Zuschauer von Rainer gewesen. Genauso wie ja damals die Wishlist oder so. Die haben auch vornehmlich Hater benutzt, um ihnen halt irgendwelche Süßigkeiten zu schicken für die 300-Kilo-Staffel. Generell sollte das natürlich niemand machen, weil man schenkt Rainer nichts, aber das sind natürlich keine Fans, die zu einer Community gehören, die er hier anspricht. Daher meiner Meinung nach ist Rainers Denkweise hier natürlich schon wieder komplett falsch, dass er sich eine richtige Community aufgebaut hat. Da sieht man aber auch wieder sehr schön, wie er an diesen Abonnentenzahlen hängt oder beziehungsweise gehangen hat. Ganz ehrlich, ich habe auf meinem Kanal hier ja auch 50.000 Abos. Aber das interessiert doch niemanden. Mich zumindest null. Ob ich jetzt 10.000, 50.000 oder 200.000 Abonnenten habe, das ist doch generell komplett Wumpe. Es gibt doch wichtige Sachen im Leben. Aber Rainer definiert sich halt dadurch. Für ihn war dieser YouTube-Kanal sein Leben. Und das ist genau der Fehler. Denn nun ist der Kanal halt weg und Rainer steht in 2022 da, wie der Ochs vom Berge, der nicht mehr weiter weiß und dann solche Deals wie mit Netflix eingeht, wo er sein Leben halt und seine Rechte für 5 Jahre für 20.000 brutto verkauft, was er halt durch normale Arbeit auch in einem Jahr hätte verdienen können. Ja, aber du hast doch gesagt, dass dir das egal ist. Ja, mag sein, aber trotzdem. Ja, mag sein, aber trotzdem. Typischer Winkler. Zu geil. Geht ja nicht darum, ob es mir egal ist oder nicht jetzt in dem Situation. Es sei... Weißt du was, es hat keinen Sinn. Es hat einfach keinen Sinn mit dir zu diskutieren, weil du letzten Endes nur die ganze Zeit versuchst, mir die Worte im Mund rumzudrehen. Na, ich hab da nur gefragt... Ach komm, du bringst die gleichen Aktionen wie die ganzen anderen. Da hat es mich wahrscheinlich genauso... Ich finde es interessant, wenn du dich aufs Fahrrad setzt. Ich finde es interessant, wenn du draußen rumläufst und ein bisschen die Gegend zeigst. Ich sag dir was. Ich finde, ja? Ja. Dass in den Anime-Videos zehnmal mehr passiert, als in dem beknackten Radl-Video. Und allein deswegen, weil ich über fünf verschiedene Animes rede und da was kurz zeige... Ja, aber das wollen die Leute doch sehen. Und die Animes wollen auch Leute sehen. Bloß nicht die. Bloß nicht die, die es jetzt... Wir sind alle reich genug. Ja. Das guckt doch keiner mehr. Okay, weißt du was? Ich kenne einen 80-Jährigen, der Animes schaut. Ja, Rainer kennt immer verdammt viele Leute, wenn er in Diskussionen mal einen Punkt anbringen möchte für seine Argumentation. Schon ein bisschen auffällig, mein lieber Rainer. Ja, und ich kenne einen 105-Jährigen, der... Keine Ahnung, der... Oh, nur schaut. Man kann sich doch nicht immer noch irgendwelche Leute herablassen. Richtig, das kann man nicht. Genau darauf wollte ich hinaus. Nur weil du es für Kinder schältst. Es ist ja auch für Kinder. Heißt es nicht... Nein, nein, ist es nicht. Die Animes, die ich dir zeige, sind größtenteils nicht für Kinder gemacht. Die letzten jetzt vielleicht teilweise, ja. Aber da ging es ja auch um meine Vergangenheit und meine Jugend, was ich geschaut habe. Aber selbst da war Vision of Escaflown dabei. Und das ist nicht unbedingt für Kinder. Ich habe mal gerade nachgeschaut, weil ich mit Animes mich halt null auskenne. Vision of Escaflown hat eine Altersfreigabe ab 12. Also ist jetzt nicht für kleine Kinder, aber ich würde jetzt einen 12-Jährigen auch noch als Kind bezeichnen. Es ist zumindest kein Anime für Erwachsene mit FSK 18. Und wenn die FSK, die immer ja schon sehr vorsichtig bewertet, das ab 12 freigibt, ja, dann wird das halt kein Erwachsenen-Anime sein. Und auch die anderen Animes, die ich gezeigt habe, sind größtenteils nicht für Kinder. Ja, wie gesagt, das ist nicht mein Thema. Ich finde das relativ gut. Ja, es ist nicht dein Thema. Und genau das ist der Punkt daran. Es ist aber das Thema von anderen. Und nur weil du denkst, dass es kindisch ist und du das so siehst, heißt es nicht, dass andere Leute jetzt auch so sehen. Egal, welche Altersklasse. Ich bin 28. Vermutlich älter als du, schätze ich aber jetzt mal nur. Und ich schaue auch Animes. Wenn ich nicht. Okay, aber ich schaue auch Animes. Und ich finde es nicht kindisch. Im Gegenteil. Mir gefällt es, weil ich da in dem... Weil ich bei Animes mehr aus mir rausgehen kann. Weil ich da mehr... Mir persönlich gefallen zwar normale, also reale Spielfilme auch... Das ist so eine Sache immer. Meine Traumwelt. Ich lebe in keiner Traumwelt. Ich lebe in einer härteren... Wir sind ja alles Traumwelt. Ich lebe in einer härteren Realität, als alle Hater zusammen. Rainer ist natürlich wieder was ganz Besonderes. Aber da hat der Hater schon recht. Das ist halt eine Flucht in einer Traumwelt. Seine Fantasy-Welt. Was er ja auch bei Spielen immer sehr gerne macht. Oder bei bestimmten Filmen. Wie damals, als er sich mit Iron Man verglichen hat und meinte, er hätte wegen dem Film Iron Man sein Traut euch kommt zu mir Video gemacht, weil er es vorher in einem Film gesehen hat und seine Schwester verteidigen wollte. Das ist so dieses kindische und unreife Halt von Rainer. Wenn es danach geht, müsste ich ja auch in der realen Welt halt jagdoffene Drachen machen, weil ich Skyrim gespielt habe. Aber keine Sorge, Rainer. Ich bleibe bei der Aufarbeitung deines Lebens im Internet. Warum ich denke, dir geht es gut? Das mag sein. Aber trotzdem geht es nicht darum, ob es mir gut oder schlecht geht. Aber wir wollen nicht, dass es dir gut geht. Ich lebe in einer härteren... Ah, du bist doch einer von dir Hater. Wir wollen. Er weist, sie kommt. Du sprichst mich doch auch mit dir an. Nein, also Rainer, ne? Ja, ich habe jetzt genau das gleiche gebracht, was du immer bringst. hey, dass es ja irgendwo menschlich ist, dass man sieht, dass irgendwo... Ich habe jetzt lediglich das Gleiche mit dir... Ja, beruhig dich. Ich habe dir nur das Gleiche... Ich habe jetzt dir mal nur mal das Gleiche vorgeworfen, was ihr immer mir vorwerft. Das ist ihr. Naja, okay. Im Klartext auch mal die eigene Medizinschlucken nennt man das. Das ist ja auch wieder so ein Punkt. Es müssen in der Diskussion bei Rainer gar keine Argumente vorkommen. Es müssen nur irgendwelche Phrasen und irgendein Blödsinn rausgehauen werden. Und dann wird halt einfach im Nachhinein gesagt, ja, ich mache ja nur das, was ihr auch immer macht, halt Müll labern. So kommt man in einer Diskussion aber zu keinem Ergebnis, Rainer. Aber gut, was sage ich da auch? Als ob Rainer zu irgendeinem Ergebnis mit den Hatern kommen möchte. Aber meinst du nicht, wenn tausend Leute das Gleiche sagen, das dann... Was ich meine ist letzten Endes... Weißt du, tausend Leute haben auch nicht unbedingt recht. Wenn tausend Leute sagen, spring von der Brücke, springst du? Aber wenn ein 80-jähriger Opa in dem ihr es guckt, findest du es auch cool. Und das meine ich mir. Du willst nur triggern. Nee, ich will nicht triggern. Weißt du, du hast genauso wenig Niveau wie die ganzen anderen Vögel. Warum? Guter Punkt vom Hater. Rainer kennt den 80-Jährigen, der Animes schaut. Und der ist für seine Meinung halt von Vorteil. Mal angenommen, er würde real existieren, was ich jetzt mal bezweifle. Aber das ist halt ein Einzelner für die Bestätigung seiner Meinung vom Vorteil. Aber wenn es um was geht, was er nicht hören will, dann ist Rainer der Meinung, dass auch 1000 Leute sagen können, mach dies und das und er trotzdem nicht auf die hört. Und dieser Müll wurde nun gecallt vom Hater und Rainer kann halt darauf nur antworten, dass er kein Niveau hat, weil er nicht argumentativ darauf antworten kann. Sehr schön exposed. Weil ich nicht nach deiner Pfeife tanze. Du hast nicht nach meiner Pfeife zu tanzen. Ich hab nicht meine Pfeife. Mal wortwörtlich auszudrücken. Okay, weißt du was? Du versuchst die ganze Zeit hier zu triggern und bemerkst dabei gar nichts. Und dabei... Äh, Rainer! Da hältst du dich mit mir. Was ist los, ey? Ich bin doch total... Ich... Ich... Ja, richtig. Du bist ruhig. Ja. Aber du bringst die ganze Zeit die gleichen Argumente nur auf andere Art und Weise und versuchst mir die ganze Zeit... Versuchst die ganze Zeit... Nein! Falsch! Du wiederholst dich. Du versuchst nämlich die ganze Zeit das Gespräch im Kreis zu drehen. Wir können über das andere ausreden. Du drehst die ganze Zeit das Gespräch im Kreis mit deiner Situation. Du kommst... Okay. Geschickt, zugegeben, aber du kommst immer aufs gleiche Thema zurück. Welches? Auf welches Thema denn? Dass letzten Endes ich derjenige bin, der die Fehler macht. Ja, gut, Rainer. Kann es vielleicht unter Umständen ganz abwegiger Gedankengang, aber hörst dir mal bitte bis zum Ende an. Ich weiß, auch wenn es unvorstellbar ist, aber kann es vielleicht irgendwie sein, dass du derjenige bist? Hm? Nein. Na komm. Komm. Ja, aber... Gerade hat es noch heißen, dass ich derjenige bin, wie war das jetzt? Pass mal auf, ganz kurz, merkt ihr immer deinen Satz? Ich habe mich heute gefreut, ich denke mir, ach, guck mal hier Twitter, ach, heute kommt sein Song raus, ich freue mich. Und dann sehe ich dann vor 47 Minuten, der Drache hat das Video hochgeladen und dann sehe ich vor 47 Minuten, das Video wurde gebannt, keine Ahnung warum. Und dann denke ich mir, von der Gamer. Ja, und dann denke ich mir, man, jede Woche ist irgendein neuer Scheiß. Dafür kann doch ich nichts, wenn die Gamer das sperrt oder etwa doch. Oder willst du mir jetzt da... Nee, man, also Gamer-frei-Zong. Nein, nein, ich weiß es nicht. Willst du mir vorwerfen, dass ich für die Gamer was kann? Nein, aber ich denke mir, das muss doch so durchdacht sein, dann kündigt er wieder groß an. Ey, komm, schau mal, ich habe zwei Videos hochgeladen gestern, zwei Stück. Wahnsinn. Und das Musikvideo wäre das dritte gewesen. Und ihr seid wieder nicht zufrieden. Auch herrlich. Die Hater sprechen ihn darauf an, dass er zu blöd ist, nicht Gamer geschützte Musik zu benutzen und er möchte sich rausreden mit, aber das waren schon drei Videos und ihr seid immer noch nicht zufrieden. Das ist halt der typische Rainer. Quantität raushauen, wovon Videos dann wieder einkassiert werden, wegen der Musik, aber bloß nicht auf Qualität setzen. So kennen wir unseren Rainer. Und außerdem ist der Song bereits hochgeladen. Und wenn ich das richtig gesehen habe, ja, und ich habe auch angekündigt, dass wir schauen, ob wir ihn noch hochladen können, weil wir jetzt da das Problem hatten, dass der rechtlich gesperrt wurde. Aber er ist letzten Endes von uns mittlerweile hochgeladen. Also habt ihr euch jetzt über das Gesetz hinweggesetzt, oder wie versteht ihr das? Wir haben uns nicht über das Gesetz hinweggesetzt, sondern wir haben jetzt ein Fullcover draus gemacht. Vorher war es ein Teilcover, jetzt ist es ein Fullcover. Also war von dem Kollegen die Stimme noch mit dabei, oder was denn das darf nicht sein? Nein, es war meine Stimme, aber es war der Original, es war die Original Audio, es war die Original, wie heißt es? Ich weiß nicht. Audiospur. Naja, nicht Audiospur, weil Audiospur ist ja auch die Vocals. Nein, das Instrumental. Also das Instrumental war genau dasselbe wie im Original, aber die Stimme war von mir und auch das Lied war von mir an sich. Also abgesehen natürlich von den Texten. Gesungen habe ich es, meine ich damit. Und jetzt haben wir es halt, und jetzt haben wir es, da passiert überhaupt. Nee, ist nur eine Frage. Man darf bei Rainer aber auch wirklich keine Zwischenfragen stellen. Darauf reagiert er so extrem genervt. Ich weiß gar nicht, wie er überhaupt in seinem Leben mal eine richtige Diskussion führen möchte. Also im realen Leben, nicht so per Teamspeak oder sowas. Ich glaube, von Face to Face könnte er das gar nicht. Ich habe schon fast ganz Deutschland gegen mich. Schlimmer kannst du wohl kaum werden. Sag das nicht. Ich sage das. Ich frage dich nur nicht, das würde mir jetzt bitte zu Bedenken geben. Kann ja sein. Ich weiß es nicht. Man kann sein Leben nicht in Angst verbringen. Wenn man das machen würde, würde man jedes Mal, wenn man um die Ecke geht, einen Schreck kriegen und einen Herzfaktor umfahren. Ja gut, das sind auch wieder so Sprüche aus irgendwelchen philosophischen Abreißkalendern. Vielleicht solltest du dann auch mal danach leben, wenn du der Meinung bist, Rainer. Jetzt Ende 22 versteckst du dich ja auch in deiner Unterkunft, wo auch immer die ist, und hast du da viel Angst, halt rauszugehen. Also doch leben in Angst? Ja, dann kannst du ja auch Heroin nehmen, weil du brauchst ja keine Angst davor zu haben. Also das ist für mich keine Angst davor. Okay, jetzt verlieren wir ungefähr 99% des Niveaus im Gespräch. Nein. Auf der Eingebene hat er ja schon recht. Ach komm, jetzt bringt ihr ernsthaft Drogen ins Gespräch mit ein, um euren Schampunktsunter Mauern. Das war ja nur ein Beispiel. Nee, das war kein Beispiel. Das war kein Beispiel, das war kein... Ja, und das gleiche Argument und das gleiche Argument kann ich damit bringen, dass wenn hundert oder tausend Leute zu dir sagen, spring, dann springst du. Das ist genau dasselbe Argument, was ich vor fünf Minuten gebracht habe. Nee, Rainer, das ist ein komplett anderes Argument. Er redet davon, dass eine gewisse Angst schon hilfreich ist im Leben, um vor Gefahren zu schützen. Du redest davon, dass man sich der Meinung der Mehrheit beugt. Das sind komplett unterschiedliche Sachen. Ja, also, tu mir den Gefallen und hör auf zu sagen, nur, glaubst du nicht, weil tausend Leute sagen, nein, glaube ich nicht, ein Mensch ist intelligent, ein Haufen Menschen sind dumme, idiotische Tiere. War fast eins zu eins ein Zitat übrigens. Von wem? Das war aus einem Film, Sekunde. Na, wer hätte das gedacht, dass Rainer Zitate aus Filmen benutzt und nicht zum Beispiel aus einem Buch? Das war aus Man in Black. Okay. Ein Mensch ist intelligent, ein Haufen, ein ganzer Haufen Menschen sind ein Haufen hysterischer, dummer hysterischer Tiere, irgendwie so ging der Spruch. Sag der, ähm, na, sag der K. zum J. Oh, sie sind jetzt beknackt angehört. Ja, da muss ich erstmal eine rauchen. Auf den Reinen. Braucht keine rein. Ich rauche auch erstmal eine. Auf jeden Fall ist das absoluter Kindergarten. Gleich ein Argument wie immer. Irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie verstehe, ich verstehe teilweise, ich verstehe teilweise selber nicht, warum ich, äh, immer wieder davon aufs Neue ausgehe, äh, dass ich das Niveau mal ein bisschen, bis ich das Niveau, dass ich mal das Niveau ein bisschen anhebe. Nee, ich habe einfach einen unerschütterlichen Glauben an die Menschheit. Das ist mein Problem. Nach seiner Logik sind die Menschen in Masse doch dumme Tiere. Nun hat er einen unerschütterlichen Glauben an die Menschheit? Man sieht hier wieder schön, wie Rainer seine eigene Aussagen immer so umstellt, dass sie gerade zu seiner Argumentation passen. Und zu dem Punkt mit dem Niveau der Diskussion, ja, lächerlicher geht's wohl nicht mehr, Rainer. Der Einzige, der das Niveau in dieser Diskussion runterzieht, bist du. Die beiden anderen versuchen ja ordentlich und ruhig, mit Argumenten irgendwas zu hinterlegen, was sie halt denken. Und du haust irgendwelche Sprüche aus Filmen raus und kannst halt null Inhalt in diese Diskussion mit einbringen. Nur solche Phrasen wie, ja, immer das Gleiche. Aber hey, Rainer spricht vom Niveau. Ist klar. Glaubt immer, dass es sich doch einmal verbessert, dass es doch einmal besser werden würde. Aber offensichtlich stimmt das ja nicht. Tja, du musst halt irgendwann mal die Reißleine ziehen. Irgendwann ist es zu spät. Weißt du, mich würde interessieren, warum muss ich die Reißleine ziehen? Wenn ich derjenige... Falsch. Also... Wir haben vorhin schon festgestellt, dass ich nicht für euer Handeln verantwortlich bin. Das ist... Rainer, du bist für deins verantwortlich. Und dann brauchst du dich nachher nicht. Richtig. Rainer, du bist ja so gesehen eine Person des öffentlichen Lebens. Ach komm, mir bitte nicht mit dem Spruch. Hey, keiner von... Kein Mensch auf dieser Welt zwingt euch, meinen Content zu schauen. Keiner zwingt euch, hier zu sein. Und keiner zwingt euch... Ja, also brauchst du mir mit dem Argument nicht kommen. Ich habe das ja auch schon ganz oft angesprochen, aber ich fasse es nochmal kurz zusammen. Du kannst so eine heterogene Gruppe wie die Hater nicht einfach abstellen. Wenn Rainer den Hate nicht mehr haben will, muss er mit seinem Content aufhören. Einen anderen Weg gibt's nicht. Und wir sehen's ja jetzt auch. Der Hate wird immer weniger. Umso weniger er halt auch macht. Allerdings weiß er dann auch, dass seine Einnahmen dann runtergehen und er in der Bedeutungslosigkeit verschwindet. Und das möchte er ja auch nicht. Daher, wenn das Geld halt alle ist, geht's halt wieder los mit der nächsten Qualitätsoffensive mit seinen neuen Videos. Der alte Kreislauf. Aber... Nicht aber. Da gibt's kein aber. Doch. Du findest es unterhaltsam. Ich finde es unterhaltsam. Es gibt dir aber trotzdem nicht das Recht, dir anzumaßen... Nein, dir anzumaßen, einem anderen Menschen zu sagen, was er zu tun hat. Nee, aber teilweise... Ja, tut dir aber die ganze Zeit, meinst du. Ich bin halt auch bei dir. Das muss ich dir jetzt einfach mal so sagen. So, was für ein Verhältnis lebt dieser Mensch. Und dann mach ich mir auch... Okay, wie viel Ahnung hast du über meine Verhältnisse? Ich dachte, das hätten wir auch schon geklärt. Rainer, pass auf. Du bist alt genug. Das ist richtig. Du kannst leben, wie du möchtest. Aber du... Du kannst mir auch nicht sagen, dass, äh... Dass dein Leben normal ist. Okay. Das ist überhaupt kein Angriff. Zunächst mal, was ist normal? Ja, okay. Der Hater ist auch nicht der Schnellste im Argumentieren, aber okay. Rainers Logik ist es aber auch wieder recht interessant. Er sagt, ihr maßt euch an, mir zu sagen, was ich zu tun habe. Dabei sind die Hater ja recht ruhig, sachlich und sagen ihm, dass er durch sein Verhalten und seine Videos halt mehr Hate provoziert. Das ist kein Anmaßen, ihm vorzuschreiben, was es zu tun hat. Das ist eine Hilfestellung. Und das kann Rainer halt überhaupt nicht unterscheiden. Er kann keine Hilfe annehmen, weil er es als Angriff in seine Privatsphäre ansieht. Andere Leute würden sich freuen für gute Tipps, um das Leben halt zu verbessern. Rainer aber sieht das als Angriff, weil er ja die Weisheit mit Löffeln gefressen hat und einfach unfehlbar ist. Und genau daher hat sich sein Leben auch bisher immer verschlechtert, bis er nun irgendwann auf der Straße gelandet ist. Für jeden Menschen ist normal was anderes. Der eine isst zum Frühstück eine Schokoladentorte. Der nächste isst ein Sandwich. Der nächste isst ein Müsli. Der nächste isst gar nichts. Das ist für diese Menschen, einzelnen Personen, normal. Der Typ, der die Schokoladentorte isst, versteht nicht, warum der eine gar nichts isst. Der Typ, der Müsli isst, versteht nicht, warum der eine die Schokoladentorte isst. Ich rede aber eher davon, ich rede aber eher davon. Das kannst du auf alles beziehen. Ich rede aber eher davon, Rainer, dass, dass, äh, jetzt fange ich damit wieder an und du sagst, es sei nicht so. Dass dein Haus quasi komplett verfällt. So. Und du nichts dagegen unternimmst. Und da ist die Frage. Wieder, woher weißt du das? Weil er Augen im Kopf hat. Na, guck dir das doch mal an. Du. Guck dir doch mal deine Küche an. Weißt du, komm. Junge, ich hab in der Küche dauernd umgebaut. Was genau ist an der Küche baufällig? Das Loch in der Wand? Das ist lediglich nur eine Zugschmier. Das ist alles. Weil es, und das weißt du natürlich nicht, auf der anderen Seite das Bad ist und da auch einmal ab und zu ein bisschen feucht die Wand ist. Vor allem, weil da natürlich auch das Spülbecken war. Ja, und warum reparieren wir das nicht? Also lässt man die Wand einen Sommer lang mal austrocknen. Und dummerweise hab ich das jetzt nicht im Sommer, sondern im Herbst umgebaut. Ich lasse es also den halben Sommer noch austrocknen und dann wird die Wand zugeschmiert. Warum? Weil sonst das passiert, was mir die Hater die ganze Zeit vorwerfen. Und zwar, dass die Wand anfängt zu schimmeln. Ich finde das irgendwie lustig zu hören, wie Rainer alles plant, was er halt wie umbauen will und wieso er das noch nicht gemacht hat, wegen dem Grund und und und. Und im Endeffekt wissen wir alle, er hat die nächsten Jahre gar nichts mehr gemacht, bis er ausgezogen ist und hat es nur weiter verfallen lassen. Aber er spielt sich hier natürlich auf wie King Louis und alle anderen labern nur Müll, wenn sie ihn auf sowas ansprechen. Hey, ich bin ja jetzt kein Hater, nur weil ich sage... Hab ich auch nicht behauptet. Aber Architekt bist du auch nicht. Das hab ich auch nicht. Oder jemand, der sich viel mit sowas beschäftigt. Rainer, ich weiß nicht, ich weiß noch, wo du deine Treppe renoviert hast. Ich hab meine Treppe nie renoviert. Na sicher, du hast doch... Na, nicht renoviert. Ich hab mal die Dinger weggemacht und weiter. Richtig. Aber... Ja, was aber? Das war ja nix Halbes, nix Ganzes irgendwie, Rainer. Du hast das einfach nur da blöd abgerissen und das war's. Das war ja noch nicht mal dann schön gemacht. Okay, dann erklär mir genau, was hatte ich vorzumachen. Ach, Rainer, es ist ja schon her. Auf jeden Fall... Ich weiß, ich weiß so viel. Ich hab lediglich die Bretter wegmachen wollen. Was hab ich gemacht? Ich hab die Bretter weggemacht. Richtig. Ja, also, wo war der Fehler? Aber... Aber sah es danach besser aus? Ja, meiner Meinung nach schon. Ah, gut. Okay. Ich mein, es ist dein Haus. Kannst damit machen, was du willst, aber... Ich hab noch eine schöne Geschichte für dich. Soll ich sie dir erzählen? Bin gespannt. Uns ist im Garten ein Kater zugelaufen. Total abgemagert letzten Winter. Und hin und her. Und den haben wir aufgenommen. Und... Ähm... Ja, wir haben ihn Rainer genannt. Kannst du mal sehen. Ähm... Jetzt ehrlich? Ja, ey. Und was willst du mir jetzt damit sagen? Ja, ich find das schön. Ich find das cool. Der heißt Rainer und alle lachen sich kaputt. Also nicht, die lachen sich nicht wegen dir kaputt, sondern sagen, also selbst der Tierarzt hat gesagt, Rainer, ich sag dir ja, mit AI, sagt er ja, so heißen der viele Katzen und fängt total zum Lachen an. Und der erinnert mich immer an dich. Und manchmal hab ich so das Gefühl, so denk ich halt so, ey, keine Ahnung, dem geht's jetzt besser, weißt du? Der wurde aufgenommen, um den wird sich gekümmert. Und... Ja, das wünsch ich mir. Eigentlich, wie gesagt, ich hate dich nicht oder sonst was, ich amüsiere mich über deine Videos, ich... Keine Ahnung, die einen gucken gute Zeiten, schlechte Zeiten jeden Tag oder gucken Taf oder irgendwie diesen ganzen anderen Rorts. Und ich guck mir so ein bisschen an, was du machst, guck mir deine Videos an und denk mir, Mensch, wann begreift das nicht? Also ich wünsch's mir wirklich von dir. Na, ob Rainer wohl den Sinn dieser Geschichte versteht? Hm? Was meint ihr? Aber ich hab halt, ich seh, ich seh, ich seh das... Ich weiß nicht, solange du so denkst, dass alle gegen dich sind und... Ich denke überhaupt nicht, dass alle gegen mich sind. Ich denke nicht, dass alle gegen mich sind. Ich mache, was ich will. Punkt. Mich interessiert nicht, was du zu sagen hast oder machst. Weil dein Leben, in deinem Leben kannst du tun, was du willst. Aber ich, in meinem ebenfalls. Und das ist das, was du nicht raffst. Ja, und ich hab's nicht nötig, mir von dir sagen zu lassen, was ich richtig und was ich falsch mache. Warum sollte ich? Du führst mein Leben nicht. Ich will dein Leben offenbar nicht führen. Und kein Geld dafür. Also ich weiß nicht. Also, wenn über mich so viel bekannt wäre, dass... Okay, komm. Als erstes Mal, ein Penis ist nur... Ein Penis ist nur ein Geschlechtsorgan. Ja, stimmt. Aber das muss man auch trotzdem nicht der Welt präsentieren. Vor allem nicht deiner, Rainer. Zum anderen, wenn du sagst, du kannst dein Leben führen, wie du willst, und die Hater können das ja auch, ja, wo ist denn dann das Problem? Dann macht doch jeder, was er will. Du machst deine Videos und die Hater machen sich über diese blödsinnigen Videos halt lustig. Wenn du das nicht willst, ändere deinen Content, wie es hier gesagt wird. Wenn nicht, komm halt klar, dass du als Versager angesehen wirst von Leuten, die sich über deinen Müll halt lustig machen. Ja, natürlich. Und weiter. Was ist daran so schlimm? Ja, Rainer, wie gesagt, du bist... 90% von dem Zeug, was über mich erzählt wird, wird lediglich aufgrund eurer... Euer Verständnis von der Gesellschaft ist der Punkt. Nein, 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 du vergisst aber zwischendurch, dass du immer noch eine Person des öffentlichen Lebens bist. Und wenn du dein Penis zeigst, dein Geschlechtsorgan, dann, dann, das ist ja was sehr Intimes. Hast du das nicht? Dann wunderst du dich, dass sich darauf alle stürzen. Du bist ein Kerl, oder? Ihr seid beides Kerle, glaube ich. Ja, ja, klar. Habt ihr keinen Schwanz? Ja, sicher, aber ich bin keine Person des öffentlichen Lebens. Na und? Wenn ich das jemandem schicke, sage ich mal, dann hilft es keinem. Das heißt, eine Person des öffentlichen Lebens darf als Mann keinen Schwanz und als Frau keine Muschi haben? Das habe ich nicht gesagt, aber nicht unbedingt fotografieren und damit posten, also... Okay, zunächst mal, ich habe das an Frauen geschickt, mit denen ich privat geschrieben habe. Die dich verarschen. Ja. Ja, aber dafür kann ich nichts. Doch, weil du dich hast verarschen lassen. Dafür kann ich nichts. Oh Mann, das tut schon wirklich weh beim Zuhören. Er kann dafür nichts, dass er seine Fotos von seinem Teil an Frauen schickt. Er wollte bestimmt nur ein Selfie schicken und ist dann irgendwie abgerutscht und dann ist dann doch sein Schwanz geworden. So ein Unglück aber auch. Ne, aber jetzt mal im Ernst. Die Aussage, dafür kann ich nichts, ist halt so typisch Rainer, weil Rainer lernresistent ist. Rainer fliegt 1000 Mal auf die Schnauze mit der gleichen Geschichte. Immer gibt es ein Bärchen, das ihm ein paar Mal anschreien und er schickt dann irgendwelche peinlichen Sachen, wie zum Beispiel solche Bilder rum, die dann halt auch öffentlich gemacht werden. Das ist ja jetzt nun auch nicht nur einmal passiert. Letztes Mal ja erst noch bei diesen Jackie Leaks. Ich blende euch mal mein Video dazu oben rechts in der Ecke ein. Da hat er auch Nacktbilder von sich rumgeschickt, nachdem er ein paar Mal mit einer Person geschrieben hat. Ich meine, diese Sachen sind halt einfach dumm, weil die Bärchen es ja darauf anlegen, irgendwas von ihm zu bekommen. Aber ich weiß zum Beispiel auch, dass Rainer Fotos von seinem kleinen Maulwurf an Frauen geschickt hat, die das nicht haben wollten. Und da kommen wir dann in den Bereich, der Straftat. Denn nach 184 Strafgesetzbuch ist sowas strafbar. Und Rainer, der sagt, ja dafür kann ich nichts, wenn ich halt diese Bilder rumschicke und die irgendwann dann in eine Öffentlichkeit kommen. Und das fasst für mich halt sehr schön Rainers gesamten Lärmprozess in so ziemlich allen Themen wieder. Er macht halt tausendmal den gleichen Fehler. Und zwar, dass er in Vollsprint gegen eine Betonwand läuft und sich dabei den Kopf einhaut und fliegt jedes Mal wieder auf die Schnauze. Beim tausend und ersten Mal sagt er sich dann, da kann ich doch nichts dafür, dass die Wand nicht umkippt und mich durchlässt. Und läuft halt wieder davor und fällt wieder auf die Schnauze. Anstatt sich mal zu sagen, hey, vielleicht kann ich ja auch um die Wand rumgehen, macht Rainer halt lieber das, was er immer macht und der fragt seine Aktion nicht. Wundert sich aber, wenn er halt jedes Mal wieder versagt bei seinem Plan, auf die andere Seite der Wand zu kommen. Ihr kennt ja sicher dieses Zitat, ich glaube von Einstein soll das mal gekommen sein. Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Und das beschreibt Rainer halt in Perfektion. Okay, weißt du was, wenn du so argumentierst, kann man sagen, wenn ich jetzt irgendwas anderes sage, dann wird es wieder irgendwo im Internet landen. Was mache ich da als nichts allzu verhindersvolles? Irgendeine Sache in der Geschichte, die passiert ist. Ja, das habt ihr ja mit euch machen lassen. Und damit ist die Sache vom Tisch. Jetzt gehören wir mal zwei dazu, oder? Ja, richtig, genau. Ich nehm mal ein anderes Beispiel, ja. Ich nehm mal ein anderes Beispiel. Und das heißt, im Klartext, dass nicht ich schuld bin, sondern dass es einfach zu der Situation kam, weil sie das wollte und weil ich eben auch nicht aufgepasst habe. Aber das heißt trotzdem nicht, dass ich schuld bin. Da muss man sich echt zusammennehmen, wenn man sich das anhört, dass man dabei wirklich nicht laut loslacht. Ja, es gehören immer noch zwei dazu. Ich hab nicht aufgepasst, aber das heißt ja nicht, dass ich nicht schuld bin. Doch Rainer, genau das heißt es. Ein Fake-Bärchen hat dich wieder mit irgendwas gelockt. Du bist dann halt wieder spitz wie Nachbarslumpi geworden. Das Gehirn schaltet in deinen Primaten-Modus und du machst halt wieder blöde Sachen. Von wem soll das denn sonst die Schuld gewesen sein? Absolut lächerlich wieder. Du hast, glaub ich, dich mit keiner von den ganzen Personen, deren du die Bilder geschickt hast, jemals getroffen? Also geh ich mal von aus, oder? Es gab hier und da... Es gab viele... Es gab da viele hin und her. Es gab da viele hin und her. Das war ja nicht die Frage, Rainer. Die Frage war, ob du dich jemals mit einer Real getroffen hast, bevor du solche ekligen Bilder halt rumschickst. Und die Antwort ist natürlich nein. Aber das kannst du halt wieder nicht zugeben. Daher kommt sowas wie, es gab da viel hin und her. Ja, so. Also ich würde mich da schicken. Ich nehme mal ein anderes Beispiel. Eine Person des öffentlichen Lebens sagt zum Beispiel... Hier, ich habe das letztens zum Beispiel hier... Hier, Hans Entertainment war das, glaube ich. Habe ich gestern gelesen. Der ist ja auch nicht mehr so wirklich... Äh... Fame, sage ich mal, ne? Aber... Der hat... Äh... Der hat sein Kind verloren. Also sein ungeborenes Kind. Und alle haben sich darauf gestürzt. So. Es ist eine kleine Information. Die... Wo... Also... Es ist eine Information, ja. Aber... Das würde... Wenn meine Mutter ein Kind verliehen würde, ja. Würde es keinen interessieren. Also nicht drei, vierhundert Leute. Ja. Aber... Sobald sie öffentlich wäre... Im öffentlichen Leben ständen würde... Würde es... Äh... Viel mehr Leute interessieren. Genauso ist das mit deinem Geschlechtsorgan. Was du gesendet hast. Ich verstehe immer noch dieses Problem... Ich verstehe immer noch das Problem nicht. Ja, wenn du keine Person des öffentlichen Lebens wärst... Dann juckt es keiner. Und dich damit jemand verarscht hätte... Gut, dann hätten es vielleicht zehn weitere Leute gesehen. Ah, guck mal, der hat mir ein Schwanzbild geschickt. So. Aber... Da du eine Person des öffentlichen Lebens bist... Sehen das gleich 300, 400 Leute. Oder noch mehr. Ja, und warte. Es war so klar, dass diese Antwort wieder kommt. Und... Ach, herrlich. Ja, das ist doch... Das ist doch... Äh... Das lässt sich doch auch in ein Licht rücken. Weil es ist nun mal was sehr Intimes. Rainer, kurz zu jaueln. Sorry. Ich jaule überhaupt nicht. Ihr seid doch die ganze Zeit dem Maul. Ohne Quatsch. Ich meine den Kater. Ich kann den ja mal holen. Einen kleinen Moment. Nicht wirklich interessant. Wie abwertend Rainer auch hier wieder ist. Eine normale Diskussion ist einfach nicht möglich mit diesem Kerl. Wahnsinn, wirklich. Alleine schon durch solche Aussagen verspielt er sich doch bei jedem Zuhörer, der noch ein bisschen neutral an diese Sache rangeht, das letzte bisschen Sympathie. Diese Überheblichkeit und Arroganz. Boah. Schwer auszuhalten. Wirklich. Ja, aber... Sollst du... Verstehst du, Rainer? Ich möchte dir ja nichts. Mich interessiert es nicht, was andere über mich denken. Warum sollte es auch... Aber das ist doch nicht... Das ist doch nicht in Ordnung. Warum nicht? Du kannst doch... Ja, natürlich kannst du ein Mädchen deinen Schwanz schicken. Natürlich. Aber... Das ist nicht in Ordnung. Warum? Es geht nicht darum, ob ich das mache oder nicht. Aber du wolltest doch sicherlich nicht, dass... Dass dir Leute... Dass 500 Leute deinen Penis sehen, oder? Ja, lass doch jetzt... Ja, lass doch jetzt... Nochmal, nochmal. Es ist doch egal. Ich finde das auch ganz interessant, wie Rainer halt versucht, diese Story, wo er sich halt falsch verhalten hat und Fake-Bärchen diese Bilder hat zukommen lassen, jetzt halt so darstellen möchte nach dem Motto, ja, ist doch egal, interessiert mich nicht. Wenn er dann aber irgendwo ein Interview gibt, zum Beispiel bei Zeitungen oder sonst wo, und diese Fake-Bärchen angesprochen werden, dann ist er natürlich immer das arme Opfer, das hinterhältig reingelegt wurde. Wie wäre es denn dann auch mal da zu sagen, ja, die Hater verarschen mich halt, aber ist mir komplett egal. Ach nee, das geht ja nicht, weil dann die Mobbing-Opfer-Story nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Ja, stimmt. Also dir ist es egal. Warum sollte mich das interessieren? Was mich in... Die einzigen Menschen, bei denen mich interessiert, was sie über mich denken, sind die Menschen, mit denen ich unmittelbaren Kontakt habe. Darüber hinaus interessiert es mich nicht. Okay, Rainer, super. Dann kannst du ja bei meinen Videos einfach den X-Button drücken, wenn es dich halt nicht interessiert, als ab und an mal wieder versuchen, einen Strike reinzudrücken. Okay, danke für den Freifahrtschein. Ja, und denen ist es auch egal, was irgendwo öffentlich ist. Zu denen du unmittelbaren Kontakt hast, die haben das Bild doch sicherlich auch gesehen. Ja, und weiter? Ja, und was haben die dazu gesagt? Es ist denen genauso egal wie mir. Warum auch? Ja, Rainer, sicher ist denen das egal, weil die halt wissen, was du für ein Typ bist, der sich halt durch solche Aktionen bereits 500 Mal lächerlich gemacht hat. Dann ist denen das auch egal, wenn dann diese dumme Aktion 501 dazu kommt. Okay. Gut. Fakt ist, warum soll dir das jemanden interessieren? Ja. Wie soll ich das erklären? Also... Es ist genauso, als wenn ich jetzt ein Porno drehen würde, ja? Und meine Mutter würde auf den Wind bekommen. So. Ich glaube, du warst gerade kurz weg. Die würde mich... So. Das ist genau das gleiche, als wenn ich ein Porno drehen würde, ja? Meine Mutter würde das mitbekommen. Fände die das cool? Nein. So. Ich habe aber keinen Porno gedreht. Nein. Und selbst wenn? Ja, aber das war jetzt so ein Beispiel, Rainer. Immer dieses und weiter? Ah, genial, diese alten Sachen, wo er ständig noch diese gleichen Sachen raushaut, um seine Argumentation irgendwie zu untermauern. So, und wenn ich eine Person des öffentlichen Lebens bin, dann finden das doch noch mehr Leute uncool und verspotten einen dafür und, und... Also deswegen, man hätte sich doch darüber vielleicht nicht vorher im Klaren sein wollen. Und wieder die Frage, warum interessiert dich, was diese Menschen denken, die du noch nicht einmal kennst? Rainer, weil du den Hate minimieren möchtest? Wie soll das denn gehen, wenn du dich täglich zum Horst machst im Internet durch solche Aktionen? Junge, Junge, Junge. Wirklich, diese nicht vorhandene Einsicht sprengt eigentlich jede Skala. Weil wir an dir interessiert sind. Na, weil wir auch... Also, Rainer, ich möchte dir eigentlich ja nichts Böses. Und wenn du mir interessiert bist, dann hat es dabei einige aber auf dem anderen keine Ausdrückung. Aber in solchen Situationen, ja, damit hat er sich ja wieder schön selber in die Scheiße geritten. Dass die Hater wieder auf ihn drauf gehen. So, das ist ja... Du gibst ja auch teilweise echt Angriffsfläche. Okay, wann war das alles? Wann habe ich das letzte Mal wirklich Angriffsfläche geboten? Gestern. Wie geil auch aus der Kanone geschossen, die Antwort kommt gestern. Ich weiß nicht genau, was er da für ein Video gemacht hat. Da wird vermutlich gleich noch drüber gesprochen werden. Aber so ziemlich in jedem Video bittet Rainer ja Angriffsfläche. Da kann man im Grunde nehmen, welches Video man will. Gestern. Ja, gut, das weiß ich. Was habe ich denn gestern... Was habe ich denn gestern... Ja, Wahnsinn. Das ist keine Angriffsfläche auf mich. In dem Sinne. Das ist eher eine Angriffsfläche auf die Situation. Das hat mit mir als Person an sich ja nichts zu tun. Da ging es ja um die allgemeine Situation. Und da habe ich lediglich auf etwas reagiert. Falls ihr das gerade nicht richtig verstanden habt, er hat gesagt, Tanzverbot-Video. Ich habe gerade mal nachgeschaut und ich haue euch den Link auch mal unter das Video, um das es hier gerade geht. Da hat Rainer halt auf Tanzverbot reagiert, weil er halt über Rainer geredet hat. Warum hast du reagiert eigentlich? Ich habe, wie gesagt, im Video schon lange darüber nachgedacht, ob ich es mache oder nicht. Und da habe ich mir einfach gedacht, scheiß drauf, mache ich eben einfach. Oder zum Beispiel mit deinem Job, ja? Wo du arbeiten gehst. Was du immer wieder erzählst im Stream. Ich habe zum Beispiel in deinem Stream geguckt, das weiß ich noch ganz genau. Da hast du gesagt, ja, ich bin, da habe ich dir glaube ich sogar geschrieben, wann gehst du wieder arbeiten. Da hast du dich verhaspelt und dann meintest du, ja, habt ihr mich beim... Ich habe mich nicht verhaspelt. Ja, ich habe das gesagt, aber ich habe mich nicht verhaspelt. Ja, oder irgendwie so. Aber auf jeden Fall, ne, da habt ihr mich beim Lügen erwischt. Wo ich mir dann so denke, Alter, warum erzählt er dann überhaupt sowas, dass er arbeitet? Es war Absicht. Warum? Warum war das denn Absicht? Warum reiztest du dich denn noch in die Scheiße, damit du den Hältern wieder Angehörungsfläche gibst? Ich habe das einfach so gesagt. Warum nicht, ist die Frage. Nicht warum, ja? Ja, und warum denn? Weil ich in dem Moment Bock drauf hatte. Oh mein Gott, ey. Als wenn man mit einem Fünfjährigen spricht. Rainer, warum sagst du, du gehst arbeiten? Ja, das war Absicht. Ja, aber warum lügst du? Ja, weil ich Bock drauf hatte. Also bist du doch der Lügenlord? Ihr seid doch alles Hater, böses Mowing, etzala. Herr Müller mit Blaulicht, bitte kommen. Und Herr Lobo, bitte die Barne direkt auf mein Konto überweisen. Au, au, au. Man sieht hier richtig gut, dass Rainer zum einen keine Fehler einsehen kann und zum zweiten nicht erkennt, dass genau sowas der Grund für den Hate ist. Wirklich, Rainers Argumentationen lasst manchmal einen mit offenem Mund noch dastehen. Naja gut, hier machen wir mal einen Cut und beenden jetzt Teil 2. In den nächsten Tagen mache ich dann mal Part 3 fertig, wenn ich die Zeit dafür habe. Vermutlich Richtung Ende der Woche. Und bis dahin sage ich natürlich vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut gerne auch mal auf meinem Ovi und die Welt Kanal vorbei. Da geht es am Mittwoch mit Rainer Rimworld weiter. Und bis zum nächsten Video sage ich, meddle auf meine Freunde. Und bis zum nächsten Video. Und bis zum nächsten Video.